Hallo Leute, eine neue Folge bei mir auf Clash Royale. Mein Clash Royale Account. Ich habe ja auch gestern schon viele Videos hochgeladen. Am 26.02.2018. Ihr könnt euch auch die Videos gerne angucken. Rote König wird eine neue Comic. Wie könnt ihr hier sehen. Hier. Hier haben wir ein Rätselküter. Okay, war nicht gut, war aber nicht schlecht. Ich werde mal wieder ein Rätselküter fahren. Und wie ihr sehen könnt, die Gäste geboren. Kann ich Level 11 machen? Hier ist weit weg. Und... So, die haben wir schon mit dem Schiff. Die ist sehr cool. Am 22.02. Und die Verdehung. Wie? Zeug mal zu. Wenn ihr 20 oder 25 Abos unterlässt, dieses Video hat, dann öffnen wir die legendäre Konigs-Tour. Bei 15 öffnen wir die Blitz-Tour. Und bei 5 bis 10 die Blitz-Tour. Die Blitz-Tour habe ich auch im letzten Video geöffnet. Natürlich. Ich versuche es immer noch zu gewinnen. Kostet sehr viel. Trink mir jetzt erstmal nicht. Okay. Welche Heile hat er aus? Er hat den Fern an der Heile gezogen. Das ist keine schlechte Karte auf jeden Fall. Dann können wir jetzt erstmal. Versuchen den Kampf erstmal zu gewinnen. Ist keine große Herausforderung für mich. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich habe ihn ja... ...12. Ich habe die Schallkraft zu gewinnen. Und jetzt wurde ich jetzt mal. Das war eigentlich sehr gut. Ich habe die Schallkraft zu gewinnen. 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 Und der Start ist weg. Jetzt kann man den von 70 werden, wenn der Elf wird. Versuchen kann man auch, wenn der 12 dann ist. So, machen wir jetzt mal hier. So, dann ist das halt so. Geht noch aller Prinzessin. Aber noch nicht. Das ist auf jeden Fall kein Sektor-Spieler. Ähm. Ja. Der hat wieder Samin jetzt aufgestanden. So, ich würde jetzt einfach mal an der Keine vorlesetzen. Und dann haben wir dann noch die Akimäu. So, ich glaube wir haben jetzt die Direktion hoch. Wird aber knapp. Oder auch noch nicht. Wenn der jetzt noch versetzen würde ich. Der hat noch nicht mehr. So, ich glaube wir haben die Direktion. Wir haben uns jetzt erst mal besichert. Aber haben wir auch noch verdient. Okay. Dank für's Zuschauen. Mittagsforsche. Um, das ist unsere. neue Vögel-Cash-Projahr.